Bist du Held genug, um das härteste Kampftraining der Avengers zu überleben? Der Falke ist gelandet! Wer sich mit Felken anlegt, dem zeig ich die Krallen! Du solltest vielleicht die Prässe informieren, denn das wird irre! Spider-Man, stets zu Diensten! Spider-Man, stets zu Diensten! Spider-Man, stets zu Diensten! Also, wie soll das ablaufen? Diese Spenne ist gar nicht so winzig, was? Was hat das zu bedeuten? Ach ja? Das ist ja eine nette Vergrößerung! Bonus-Münze nähert sich! Hey, lass das! Das erzähl ich deiner Mom! Da kommt bloß im Spiel! Jetzt reicht's! Das ist nicht cool! Woah, das war mir echt zu nah, Kumpel! Willst du drüber reden? Ich hoffe, du hast eine Liste mit schlechten Entscheidungen im Rettbereich! Wenn es kommt noch eine dazu! Hup! Ich werde verzeihenlos! Vorsicht! Ich bin sonst ein Kükenpferd, was ich in Kontrolle lassen! Ha, jetzt hast du's geschafft! Pass auf! Nö! 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 Bonus-Münze ausgeliefert! Ich bin nicht schnell gereist! Knock-out! Ich nehme deine Entschuldigung an! Juhu! Serious! Nur für Nö! Manchmal haben kleine Dinge mit großer Wirkung! Ha, jetzt hast du's geschafft! Knock-out! Team Head-Shaft! Leg dich nicht mit dem Falken an!